Ich darf Sie herzlich im Namen der Firma Attacca zum Thema Neuerungen in Autodesk Inventor 2020 begrüßen. Mein Name ist Lukas Murauer und ich bin bei der Firma Attacca für die gesamte Dienstleistung rund um Inventor zuständig. Und wie auch schon in den vorherigen Videos, habe ich mir auch dieses Jahr wieder einige Highlights aus der WOTS New gepickt und in einem kurzen Video zusammengefasst. Bitte die Version 2020 bringt natürlich noch wesentlich mehr Erneuerungen, als ich hier behandeln werde, die so im Grunde rein als Überblick dienen, beziehungsweise möglicherweise auch als Entscheidungshilfe für mögliche Umstellung, für anstehende Umstellung. An der Stelle bin ich in den Vorgängervideos gerne noch genauer auf die Inventor Ideastation eingegangen. Das werde ich dieses Mal nicht machen, sondern ich habe ganz einfach alle Verbesserungen oder alle Erneuerungen, welche ihren Ursprung irgendwo beim Inventor User haben, ganz einfach mit diesem Symbol gekennzeichnet. Für alle die, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche, möchte ich dazu einladen, sich die Vorgängervideos Neuerungen in Inventor 2018 oder 2019 anzusehen. Da wird das Thema noch genauer behandelt. Aber jetzt schauen wir mal zu den eigentlichen Erneuerungen. Für meinen Überblick habe ich mir jetzt rausgepickt Verbesserungen, beziehungsweise es gibt auch Änderungen an der Benutzeroberfläche. Wir haben allgemeine Verbesserungen, also ich habe das jetzt als allgemeine Verbesserungen beschrieben, habe mich da aber im Grunde ganz stark auf die Modellierungsverbesserungen konzentriert, also sprich im Bauteil oder auch der Baugruppe. Dann haben wir einen Bereich, der die letzten Jahre eher, ich sage jetzt mal vorsichtig, stichmütterlich behandelt wurde, nämlich dem Gestellgenerator. Da haben wir einige sehr gute Verbesserungen reinbekommen und wir haben als Unterstützung für uns als User Verbesserungen bei der Darstellung bekommen. Ja, das ist, wir werden auf die Punktenrolle genauer eingehen und starten möchte an der Stelle jetzt einmal ganz einfach mit der Benutzeroberfläche. Die neue Benutzeroberfläche bringt ein neues Farbthema mit überarbeiteten Icons. Also wir haben hier von der Farbe her das Blaugrau bekommen. Wir haben aber immer nur die Möglichkeit in den Anwendungsoptionen Registerkarte, Farben auf die Benutzeroberflächen, auf das Benutzeroberflächenthema gelb zu wechseln. Da als kleine Info, wer das macht, hat in der Oberfläche auch die alten Icons und nicht die neuen. Wir haben bekommen neue Inventor Datei-Symbole, also auch hier dieses Blaugrau, wobei keine Möglichkeit irgendwie auf die alten Datei-Symbole zu wechseln. Mehr Eigenschaftsfenster, da steckt jetzt mehr dahinter als den Anschein hat. Ja, werden wir genauer darauf eingehen und genauso auf das Arbeiten mit mehreren Monitoren werden wir genauer eingehen. Starten wir ganz einfach mit den Eigenschaftsfenstern. Wir haben ja die ersten Ansätze für die Arbeitsweise mit den Eigenschaftsfenstern. Bereits in der Version 2019 mit der Bohrungsbearbeitung gesehen im Grunde, wo wir direkt mit der Elementbearbeitung oder über das Eigenschaftsfenster selektieren können, wollen wir die Skizze bearbeiten oder wollen wir das Element bearbeiten. Das gleiche haben wir jetzt gekriegt für die Extrusion und für die Drehung. Sprich, hier ist es nicht mehr erforderlich, wenn jetzt irgendwie bei einer Extrusion zum Beispiel Länge, Breite, Höhe verändern muss, dass ich sowohl in die Skizze als auch in das Element reingehe, sondern ich starte die Elementbearbeitung und kann ganz einfach interaktiv über das Eigenschaftsfenster zwischen den beiden Welten hin und her schalten. Wie gesagt, das Ganze haben wir nicht nur für Drehung und Extrusion bekommen, sondern da gibt es einen ganzen Auszug an neuen Eigenschaftsfenstern, wie man sieht. Wir werden eigentlich auch fast alle in den folgenden Punkten irgendwo mehr sehen. Die bringen jetzt zum Teil eine weitere Verbesserung, das haben wir im Grunde auch schon im Bohrdialog gesehen, nämlich die Voreinstellungen. Sprich, man kann sich im Grunde seine Templates oder Favoriten anlegen von gewissen Bearbeitungsschritten, was durchaus Vorteile hat und unser User definitiv Zeit spart. Aber, soweit so gut. Zu den Eigenschaftsfenstern schauen wir uns im nächsten Bereich an, nämlich das Arbeiten mit den mehreren Monitoren. Was hat sich da getan im Endeffekt? Das ist ja mittlerweile üblich, oder fast Standard, dass ein Konstrukteur auf mehreren Monitoren arbeitet und wir haben halt jetzt die volle Unterstützung reinbekommen, wenn wir mehrere Fenster offen haben. Sprich, man sieht es im Grunde schon im Video, ich kann ganz einfach ein Fenster vom Hauptmonitor auf den Sekundärmonitor schieben, habe dann vielleicht auf der einen Seite das 3D-Modell offen, auf der anderen Seite die Zeichnung und das Ganze wird dann auch noch direkt aktualisiert. Ich kann diese Fenster vom Sekundärmonitor ganz einfach wieder rüberziehen auf dem Hauptmonitor oder wieder zurück und vor allem auch über die ganze Monitorgröße skalieren. Das funktioniert natürlich auch mit dem 3. Monitor und kann eigentlich ganz hilfreich sein, um den Platz ideal auszunützen. Das ist im Grunde auch schon eigentlich alles an Verbesserungen in der Benutzeroberfläche. Haben wir im Grunde behandelt und wir schauen gleich weiter zum nächsten Punkt, nämlich zu den allgemeinen Verbesserungen, wo ich vorhin schon angesprochen habe, ich habe mich auf die Modellierungsverbesserungen konzentriert. Da ist das Erste, wie man auch sieht, eine Übermittlung, also eine Verbesserung aus der Ideastation, das Platzieren von Verbindungen auf Langloch-Mittelpunkt. Also ist jetzt ganz einfach möglich und über die Kontur zum Auswählen. Ich habe das jetzt auch nur in so einem kleinen Video am Rande festgehalten. Als weiteren Punkt oder Verbesserung eigentlich haben wir die Skizzenkonturen Bereichserkennung beim Auswählen von Profilen für Bulge-Operationen. Wir haben eine neue Option reinbekommen für das Sweeping, also nicht nur Kontursweeping, sondern auch Solid Sweep. Und wir haben eine neue Möglichkeit zum Obwickeln von Flächen bekommen. Genauer anschauen werden wir uns jetzt die letzten drei Punkte und starten wir gleich mal ganz einfach mit der Skizzenkontur und Bereichserkennung. Das ist, ich wage zu behaupten, ein Thema, das eigentlich jeder Inventor-Anwender kennt, beziehungsweise womöglich auch von generell 3D. Wenn man sich diese Skizze jetzt einfach mal anschaut, hier sind ein Haufen mögliche Profile drinnen und da ist es im Normalfall oder eigentlich fast unmöglich, die Profile anzuwählen, zu extrudieren, die man braucht. Man sieht auch da im Grunde der Voransicht schon, ich kann vieles anwählen, aber sicher nicht das, was ich brauche, wenn ich nicht ein Skizzenprofil etwas verändere, wie man es da sieht, dass man ganz einfach irgendwo ein bisschen das Profil zusammenstutzt oder halt viel mit Konstruktionslinienarbeit, die ja nicht das Profilbegrenzung erkannt werden. Also diese Arbeitsweise oder diese Auswahl ist komplett überarbeitet worden und wesentlich, wesentlich besser. Man sieht im Grunde hier schon, wenn man eher ausnah auf der Kontur fährt, wird immer die ganze Fläche markiert. Wenn man eher reinfährt oder den Kursor rein bewegt, dann hat man eben die einzelnen kleinen Profile zum Auswählen und es wird wesentlich leichter und vor allem eindeutiger das Auswählen von den einzelnen Profilen für Bulge-Operationen. Das war es im Grunde auch schon zur Skizzenkultur und Bereichserkennung. Wir schauen weiter zum nächsten Punkt, nämlich dem SolidWip. SolidWip heißt, wir können im Grunde ganz einfach hergehen und einen Volumenkörper anhand von einem Swipping vom anderen differenzieren oder eben, wie wir es von den Bulge-Operationen her kennen, nicht differenzieren, sondern auch vereinigen oder die Schnittmenge daraus generieren. Ich habe mir da jetzt zwei Bereiche herausgesucht. Als Beispiel, das Erste wäre so eine Fräskopfbearbeitung. Ich sage jetzt einmal, das ist das Erste, was mir eingefallen wäre, wofür man das ganz gut brauchen könnte. An was man vielleicht nicht so schnell denkt, ist der zweite Bereich, das Packaging, wo ich ganz einfach meinen fertigen Teil habe und für den irgendwo eine Ausnehmung in einer Transportbox oder generell in einer Verpackung eigentlich machen möchte. Schauen wir uns gleich mal in der ersten Bereiche an die Fräskopfbearbeitung, einfach nur, dass wir mal sehen, was da genau passiert. Also das Swipping hat eine eigene Option reinbekommen, wo ich für das Swipping-Objekt einen Volumenkörper auswählen kann und in dem Fall habe ich den ganz einfach entlang von einem Pfad von einem anderen Volumenkörper differenziert. Das ist die erste Variante. Die zweite Variante des Packaging ist im Grunde, ich habe jetzt meine zwei Volumenkörper bzw. den Teil zum Differenzkörper gleich angeordnet und dann ganz einfach vom Verpackungsobjekt oder vom Verpackungsvolumenkörper differenziert und dann wird über ein paar einfache Bearbeitungsschritte das Verpackungsmaterial noch fertig gemacht. Was da natürlich jetzt noch fällt, sind irgendwelche Aussparungen oder Hilfen, dass man das Objekt wieder leichter aus der Verpackung bekommt. Aber diese Sachen lassen sich jetzt ganz einfach mit oder relativ einfach mit einem Solid Swipping erstellen. Das bringt mich zum nächsten Punkt, zur nächsten Verbesserung, nämlich dem Abwickeln von Flächen. Also wir haben auch hier in dem Beispiel, was wir jetzt schon sehen, wir wissen, gerade die Blechbearbeitung hat ein Problem mit gestanzten Objekten bzw. mit gekrümmten Flächen oder mit Objekten, die eigentlich nur durch Tiefziehen erstellt werden können. Das hat sich auch nicht geändert. Das ist nach wie vor so. Wir haben jetzt nur die Möglichkeit reinbekommen, Flächen abzuwickeln. Sprich, wenn man sich dieses Blech in der Vorsicht anschaut, das Problem oder der Grund, warum wir das mit der Blechbearbeitung nicht abwickeln können, sind ganz einfach diese Rippen oder diese Versteifungen. Und nachdem es in den Blechner abwickeln kann, ist auch die Möglichkeit, das Ganze ganz einfach über Flächenabwickeln darzustellen. Und da geht man ganz einfach her, wählt einen Flächenverbund an. Also in dem Fall muss ich es separat machen, ansonsten würde ich natürlich die Rippen auch noch dazu anwählen. Die Flächen kriege ich abwickelt. Könnt ihr dann die Öffnungen, die wir jetzt unmöglich nicht brauchen von diesen Rippen, nur mit einem Boundary schließen und dann mit einem Verdicken wieder ein Volumenkörper raus generieren. Bitte da aufpassen, bei diesem Abwickeln werden keine Biegungsoptionen, also K-Faktor, Biegungsausgleich oder dergleichen berücksichtigt, sondern es ist einfach ein Ernstanzabwickeln von einer Fläche. Also kann ganz hilfreich sein, wenn man jetzt irgendwo gekümpfte Flächen hat, die man irgendwo auf eine Ebene Fläche bringen möchte oder muss. Das war es im Grunde auch schon mit den allgemeinen Verbesserungen. Und ich möchte weiter gehen zum nächsten Punkt, nämlich zu den Verbesserungen im Gestellgenerator. Da ist einmal das Erste. Wir haben jetzt Manipulatoren zum Ausrichten von Profilen bekommen. Also wir müssen das Profil jetzt nicht mehr mit dem alten Dialog ausrichten, sprich den Einfügepunkt oder welcher Einfügepunkt für die Platzierung erwähnt wird, sondern können das jetzt direkt am Objekt selbst machen. Wir haben Änderungen oder Verbesserungen im Nutenelement bekommen. Die Funktion an sich ist ja nicht neu, aber die Optionen oder die Möglichkeiten, wie wir jetzt das Nuten von Profilen machen können, ist wesentlich überarbeitet worden und verbessert worden. Wir haben das Eigenschaftsfenster für die Gärung bekommen. Das ist zwar eine Kleinigkeit, aber auch hier mit der Voreinstellung zum Abspeichern. Wir haben Eigenschaftsfenster mit neuen Optionen zum Verlängen und Verkürzen von Profilen. Und wir haben Profil Endkappen bekommen. Wir schauen sich da jetzt einfach alle Bereiche einfach mal direkt an und starten mit dem Manipulator zum Ausrichten von Profilen. Also wir sehen da jetzt ganz einfach mit dem Ändern. Ich klicke mit dem aktiven Ändern-Befehl ein Profil an und bekomme dort, wo ich das Profil angewählt habe, mein Manipulator zum Ausrichten vom Profil. Ich kann das direkt im 3D-Modell machen und habe nicht mehr das Problem, dass ich eigentlich gar nicht weiß, auf welches Eck ich eigentlich klicken muss, dass das Profil auch richtig an die richtige Position wandert. Da vielleicht jetzt noch eine Kleinigkeit, dass dieser Manipulator im Bereich des Cursors, also da wo ich das Profil angewählt habe, erscheint. Das ist erst mit dem Update 1 für Inventor 2020 kommen. In der reinen 2020 erscheint dieser Manipulator oder erscheinen diese Manipulator immer am Ende oder am Anfang von einem Profil. Das Nächste Punkt ist das Nuten. Wie gesagt, die Nuten-Funktion an sich ist nicht neu. Ja, also wir haben das immer schon machen können. Hat aber auch den bitteren Beigeschmack gehabt, dass das immer auf Null genutet wurde oder eingeschnitten wurde. Was relativ unrealistisch ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit hier benutzerdefinierte Vorlage zu wählen und können dann im Grunde umlaufen für die ganze Aussparung nur die einzelnen Parameter definieren und das ganz genau. Also sprich auch mit Phasen und Rundungen, wer das haben möchte oder einfach nur scharfkantig. Das ist relativ einfach für starken Verzug zum berücksichtigen. Und was auch schon länger funktioniert hat, aber ein bisschen oder nicht unbedingt ersichtlich war, ist, dass man sich diese Nuten-Profile eigentlich immer schon in geraumer Zeit vor selbst definieren und können. Das wird jetzt ganz einfach direkt im Dialog über einen Link zur Hilfe ganz genau beschrieben, wie man das machen kann, wenn man das haben möchte oder braucht. Der nächste Punkt im Gestellgenerator ist jetzt die Sache mit dem Eigenschaftsfenster für die Gärung. Das ist im Grunde nichts Neues. Wir können jetzt der Fenster einfach drüber ziehen, dass wir mehrere Gärungen gleichzeitig erstellen. Aber was man eben hier sieht, wir haben auch bei der Gärung die Möglichkeit uns wieder Favoriten abzuspeichern von den Optionen her, wie wir sie erstellen möchten. Ein größerer Punkt wiederum ist die Funktion Verlänger und Verkürzen. Es ist nicht nur, dass wir das jetzt in einem Eigenschaftsfenster haben, sondern wir haben auch beim Versatz mehrere Möglichkeiten, wie wir sie auch von der Extrusion erkennen. Eine Seite, zweite Seite, asymmetrisch, unsymmetrisch. Und das Ganze auch wieder über Voreinstellungen zum Abspeichern. Und jetzt kommen wir zum Punkt, der auch wieder rum aus der IT-Station staunt oder seinen Ursprung eigentlich hat, nämlich den Profil Entkappen. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach her, machen auf diesen quadratischen Profil, jetzt statt der Gärung gestellt stutzen und sagen dann, wir möchten das Ende von dem einen Profil noch Endkappe drauf haben. Bei den Endkappen sind im Grunde vordefinierte Formen hinterlegt, die die Bibliothek gibt. Ob das eine innenliegende oder außenliegende Endkappe sein sollen, wir haben dann auch noch Einfluss auf die Parameter für die Größe von dieser Endkappe. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, es lassen sich natürlich auch eigene Endkappen zu dieser Bibliothek hinzufügen. So, das sind jetzt eigentlich richtig brauchbare und gute Verbesserungen im Bereich Gestellgenerator und somit haben wir die auch abgeschlossen. Dann habe ich schon angekündigt, wir haben noch Verbesserungen bei der Darstellung. Das ist jetzt aber speziell für uns User, wenn wir uns nicht damit beschäftigen wollen, wie wir die Grafikkarten sinnvoll entlassen können, vor allem beim Arbeiten mit großen Baugruppen haben wir jetzt die Möglichkeit, zwischen drei Anzeigemodi zu wählen, sprich Renderqualität, Qualität und Leistung. Ich habe dann auch nochmal aufgeschlüsselt, was jetzt bei den einzelnen Bereichen genau passiert. Also wenn wir jetzt auf Leistung gehen, dann ist der visuelle Stil ganz einfach schattiert, also schattiert ohne Kanten. Und wir haben auch keine Schatten drinnen. Das ist im Grunde für mittlere und große Baugruppen. Wir haben die Option Qualität, wo der visuelle Stil auf schattiert mit Kanten umgestellt wird und die Umgebungsschatten mit aktiviert werden für kleine bis mittlere Baugruppen. Und dann gibt es noch die Renderqualität, wo wir den visuellen Stil zum Beispiel realistisch haben und die Schatten auf Ausgangsebene und Umgebungsschatten aktiviert werden. Also das ist schon wesentlich aufwendiger für die Grafikkarte zum Darstellen, ist aber dafür in Renderqualität. Da ganz wichtig auch wieder, das ist jetzt eine kleine Zusatzinformation für Inventor 2020 Update 1 und ohne Update 1, mit Update 1 ist die Bezeichnung Renderqualität, Qualität und Leistung und ohne Update 1, also in der Standard 2020, sind die nur beschrieben mit Qualität ausgeglichen und Leistung. So, das war es im Grunde auch schon mit den Verbesserungen in der Darstellung. Und eigentlich bin ich generell durch mit den Punkten, die im Masterboards nie rausgepickt habe. Mir bleibt im Grunde nur noch zu sagen, erstens Danke fürs Zusehen. Und sollte da jetzt jemand noch Fragen haben oder das vielleicht noch detailliertere Informationen haben wollen, dann können Sie sich gerne bei uns bei der Firma ATAKA melden. In diesem Sinne, Danke fürs Zuschauen.